Mein schönstes Tor? Falki einem unfassbar wichtigen Testspiel gegen Güstero. Wer ich den Ball am Fuß habe, dann? Hau ihn rein. Der beste Trainer? Christian Albers. Meine Lieblingstrainings-Einheit ist? Dienstags 90 Minuten mit Hans. Vor der Kamera Fragen zu beantworten ist für mich? Bescheid. Meine Freunde oder meine Mannschaftskollegen nennen mich auch? Schmalle. Der beste Fußballer der Welt ist für mich? Marco Reus. Amateurfußball bedeutet für mich? Einiges. Meine Lieblingsmannschaft bei FIFA ist? Borussia Dortmund. Mein größter Traum ist? Einmal im Signali Luna Park auflaufen.